1 Ich sage, ihr habt mich gerade so macho im Hirn gemacht Jetzt bin ich komplett außer 1, 2, 3 Zu So, das ist korrekt Das zu ist korrekt Das zu ist korrekt Das ist doch korrekt 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 So Sind wir jetzt alle glücklich? Stimmt doch, oder nicht? Alles gut Ja Mann Alles kaputt Ich baue das jetzt Ich baue das jetzt so, wie ich das will Halt, stopp Es bleibt alles so, wie es ist Ich will es nicht abreißen Ich will es bauen Baut das jetzt mal Das dauert mir wieder alles zu lang Und warum Pennen die alle hier noch? Die sollen da pennen Dafür habt ihr doch Zellen Aha Ich habe mir die Zelle zerstört Und es ist mir egal Die ziehen wir dazu So Zelle erledigt Perfekt Das könnt ihr hier durch So Dann bauen wir jetzt So die Zellen Hier Das da oben Muss noch weg Ja Wir haben unseren Spaß Ja Ich auch Wir Pandeln Das ist nicht lustig Komplette Überschreiterung So Na Sieht richtig aus Oder Was soll denn das So ein Stress Am späten Abend Flur haben wir eigentlich Ach komm Das bauen wir noch Nicht durchgängig So Ich habe das Gefühl In dem anderen Zellenblock Fehlt Licht Ist nur so ein Gefühl Warum ist denn da so hell Und da so dunkel Da ist so hell Manchmal wünsche ich mir Eine Technologie Womit man direkt Durch das Internet In das Video Oder den Stream Eingreifen kann Ja Wie wärs wenn du mal Sowas erfindest Mein Freund Oh Hört auf In die Backen Zu pieksen Oder in die Backen Pieksen zu wollen Was soll ich denn Für Unmenschen Darum schlafen die da Schlaft hier Dafür habt ihr doch die Betten Vollidioten Zelle Zelle Vielmann Bei dem Portal 2 Coop von Zelle Das war super Das Portal 2 Coop Das war mega gut Ich hab's gefeiert Wie groß muss denn Ein Lagerraum sein Ist egal Ich hätte es einfach Hierhin gemacht Das reicht oder Reicht das Sag bitte Dass mir das reicht Also nicht mir Sondern im Spiel Ja die sind gleich weg Die muss definitiv weg Das große Rohr Würde ich nicht Direkt in die Zelle Legen Das große Rohr Ach das da Stimmt Das Da hast du Auffallend recht Geht das überhaupt So Ich krieg keinen Ton Was ein Stress Wieso schlafen alle und der nicht Was mit dem los Oh Ich brauch die Isolierungszellen Fällt mir grad noch ein Ähm Ja Warte mal ganz kurz Wie viel Meter 23 Hälfte Eine kleine Tür will ich aber nicht Nö Dann bleibt das so Dann machen wir da Und Ne nur da Nur da ist ok Können wir die jetzt mal abmontieren bitte Die braucht kein Schwang Was brauchen wir noch Ähm Dich brauchen wir Auch Und Juti Duty Duty Den Personalraum brauche ich noch Einzelhaft Wir kümmern uns jetzt um Einzelhaft So Ganz kurz Einzelhaft Wo packe ich die hin Hier wollte ich noch ein Büro hinpacken Ist platztechnisch aber auch eher scheiße Deswegen baue ich hier glaube ich einfach die Einzelhaft hin Was brauche ich denn einfach Für Einzelhaft Hätte ich aber auch direkt den Dingsraum bauen können Ne Und den kann ich auch nach hier Bauen Ok dann mache ich hier die Einzelhaft hin Dann ist die wenigstens direkt im Sichtfeld Aber den brauche ich bald auch nicht mehr Einzelhaft 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 Isolationszelle Ein abgelegener Raum Das ist einfach nur sowas Wenn ich dann Warte mal Das sieht blöd aus Es ist nicht symmetrisch Da kommt ja noch Wände drum Das ist ja komplett zu Dann komme ich da gar nicht mehr durch Ist auch Schwachsinn Vielleicht baue ich die auch einfach hier hin Dann ist hier Weg Hier Weg Ich hätte es aber gerne hier drin irgendwo noch gehabt Dann habe ich es alle auf einen Blick so Aber egal komm Dann machen wir die So Dann kriegt ich die Wand drumrum Na passt doch Machen wir das so einfach Ok Oh das war dumm Das war so schön gebaut Ne Fuck War das bis hier Könntest links im Flügel auch Türen hin machen Und dann unten in der Mitte Was Fängt das schon wieder an Könntest links im Flügel auch Türen Links im Flügel ist hier Auch Türen hin machen Und dann unten in die Mitte Kollege Damit kann ich nichts anfangen Und überlegt ob ich die wegreiße Und dann hier einfach Eine Zwei Drei Vier Könnte man auch machen Ne Eins Zwei Das sind dann zwei Zellen weniger Aber dann haben wir eh 20 Und wir haben alles auf einen Blick Hm Das wäre auch ne Möglichkeit Jetzt kommt erstmal hier alles weg Also unten eine große Und da wo der Durchgang ist Die Ich darf mich Mach die einfach weg Die Zelle weg Und die Zelle weg Zack 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 Das ist doch eine tolle Idee oder Tür 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 Ich glaube das mach ich Ich glaube das ist Tür Spricht da irgendwas gegen Die pinnen ja immer noch Ich könnte aber auch Die weg machen Unter eine dusche hin Einzwei Weil das sind zu wenig Dusche muss ja eh noch dran Die könnte ich aber auch hier hin Bauen Das ist alles zu viel Ich glaube ich mach das wirklich Oder ich bau die da Aber da kann ich die Küche ausweiten Falls ich es Weite ich eh nach unten aus Hm ich bau die da Genau Ja die Frage ist eben Wie viele Zellen ich will Wir haben 24 Isolationszellen Das ist ein bisschen wenig ne Ja das der wegkommt und man einfach alles als Duschraum benutzt Ja das ist richtig Das müssen wir nicht so machen Warum braucht man denn Wände Das wäre so schön gewesen Wenn ich das hier rummachen Wo kommen die Wände hin Hier ne Das geht ja schon wieder nicht auf Das geht nicht auf Kommt ja Wand drumrum Deswegen Ich dachte mir So Haben wir da Wand rum Ein Feld Ja achso Ja Ja okay Und Wand drumrum ne So Das ist ja mal ne harte Isolation Wie macht das so Dann kann man nämlich noch durchlaufen Dann kann man sich das ganze Spaß Den ganzen Spaß noch angucken Ist das nicht lustig Ist ja auch ein bisschen Platzverschwendung oder Das wäre auch lustig Also ich hätte da meinen Spaß Mein Hals hat gerade auch seinen Spaß Aua Ne aber Da reicht doch einer Weg ne Der hat nur sieht cooler aus dann Aber schau mal Ich meine da ist ja eh schon ein Weg Ein bisschen muss es ja auch noch was aussehen Freundchen Hoh 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 Vielen Dank.